Seit 1999 waren Hollywood-Star Tom Cruise und Sky Dumont Freunde, doch inzwischen haben sie keinen Kontakt mehr. Der deutsche Schauspieler und Cruise freundeten sich am Set des Films Eyes Wide Shut im Jahr 1999 an, doch dann ging die Freundschaft in die Brüche. Im Rahmen der TV-Doku Tom Cruise, der geheimnisvolle Überflieger, hat der 71-Jährige über den Mission Impossible Star gesprochen und erklärte, er hat mich wirklich sehr enttäuscht. Doch was war geschehen? Eigentlich hatten die Stars jahrelang eine lockere Freundschaft. Es wurde über Autos, Kinder und übers Fliegen gesprochen. Bei der Bambi-Verleihung 2007 dann, passierte es. Als es dann zum Abendessen ging, standen wir alle auf. Er kam auf mich zu und ich sagte, hey Tom, how are you? Und er ging durch mich durch. Er hat nicht mal gelächelt, nicht mal Hallo gesagt, er hat mich einfach nicht beachtet. Und das war's, erklärte Dumont. Seitdem habe er alle Kontaktversuche des 56-Jährigen abgeschmettert und nicht mehr mit ihm gesprochen. Schade eigentlich, aber irgendwie verständlich.